Dieser Mercedes-Benz B 180 steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen schwarzen fünftürigen Windplatz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 138.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2008. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Finsuffix, Kindersitzbefestigung, Partygefilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 109 PS. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017